Perfekter Ausweicher. Safe. Safe. Das nehme ich mir lieber. Das nehme ich mir lieber. Ich glaube, wir machen halt einfach mal den hier. Den richtigen, schönen 31er. Und tu da gleich mal, schön brav, Upgrade. Ist ja dann doch was reingegangen. Fertigkeiten! Schau mal. Können wir sich was leisten? Ja, na sicher. Ich hier gleich mal zwei. Überraschungsangriff. Was haben wir denn da? Okay. Abrissbirne. Was haben wir denn da? Okay, da können wir zum Beispiel entwaffnen. Griffwurf. Oh, das ist definitiv neutschlecht. Was haben wir denn da? Ja, weißt du was? Machen wir das. Machen wir das, damit wir da noch besser rumhupfen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na dann, auf zu unserer Mission. Oh, im Anzug von 2099. Wenn du auch noch die Fähigkeiten, die ganzen Fähigkeiten hättest. Und wie steht er cleanst? Wui! Eine Flasche? Ich sehe schon die Transformation, Alter. Ich sehe schon. Warum humpelt der plötzlich? Moment. Wo sind die Arme? Oh, wow. Oh, shit. Aber wie haben sie... Intrakranielles, neurales Netzwerk. Ich sehe schon. Foreshadering. Sinnwechsel. Manosekunde. Schneller als Signalübertragung im Gehirn. Oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Und niemand kann uns das mehr nehmen. Okay. Und Ihre Arbeit am neuralen Netz war der Schlüssel. Der geht ja selber nicht einmal mehr. Es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie. Sehen Sie. Na jetzt bin ich gespannt. Ich würde das so feiern, wenn er plötzlich einen Fehler findet. Ich würde das so feiern, Alter. Was? Da passt was aber nicht, Alter. Da passt was nicht. Da passt was nicht, Alter. Der macht der Linke, der Hund. Der Hund macht der Linke. So. Dann machen wir mal den, Schkettenerella mitedel-Gere ein vinust valget. Dann machen wir Minus 2 und Minus 1 . Mach doch doch was nicht. association Was heißt, ein schwerer Fehl, Leute? Willst du mich forschen? Ein schwerer Fehl, Leute, das ist lustig. So, wir brauchen 5 insgesamt. Okay, wie viel kann ich da? Da kann ich aber auch 5. Dann gehe ich auf Minus. Weißt du was? Machen wir es mal so. Ah, Minus 1, Minus 1. Besser. Zweimal Minus 1 und tschüss. Dann haben wir es. Einmal, zweimal. Maschallah. Noch immer schwerer Fehler. Alter, Alter. Das Gerät besteht nur schwerer Fehler, Alter. Was soll denn der Scheiß, Alter? Der Scheißdruck besteht nur schwerer Fehler. Aber mal, den hier. Machen wir Minus 2. Machen wir besser lieber Minus 2. Und dann werden wir es eh sehen, was wir hinwechseln. Naja, chill. Chill, chill, chill. Minus 1 und... Voila. Voila. Noch immer... Also, ich denke es mir gerade, Alter. Ich weiß nicht, dass es nicht immer schwerer Fehler ist. Oh. 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 Doktor? Oh. Doktor. Es gibt da vielleicht ein Problem. Alles bürgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Oh, fuck. Wenn man hier schon doch kommt, wo sind die nächsten zwei? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Äh. Keine Sorge. Wir schaffen's. Ich bleibe dran. Behebe die Fehler. Geh. Äh. Äh. Er schickt uns fix noch weg, damit er dann... ...weitermachen kann, so wie bisher. Ja, Peter. Für... ...für alles. Wir schalten jetzt live zum Grand Central Terminal, wo Bürgermeister Osborn vor die Fette treten soll. Martin Lee sitzt hinter Gittern. Wenn ich der Stadt etwas verspreche, halte ich es. Die Menschen in New York werden bald eine Entscheidung treffen, die diese Stadt für immer verändern könnte. Wenn sie wählen, denken sie an den heutigen Tag. Wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor. Oh. 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 Du hast keine Ahnung, was dir blöd. Oh. Aber, Hauptsache, im Anzug. Hauptsache, im Anzug. Alter, aber ganz, ganz heftiger Durchbruch. Bist du deppert. Das wird hoher. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute, was die getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin auch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. Hm. Ich hoffe, dass wir ihn auch treffen. Mach sch-